Ab dem 1. April 2014 ist diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt in Schwerin-Pauls-Stadt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Einbauküche. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 59 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 500 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020